Hallo, hier ist euer Silberfuchs und heute möchte ich euch wieder ein paar Sachen zeigen, die man in Zeiten der Corona-Krise und der wirtschaftlichen Unsicherheiten sich zulegen kann. Viele haben gesehen, dass sich die Silberpreise von den Papierwertkursen abgekoppelt haben, während Silber stark gesunken war im Kurs, sind die Preise für physische Silber, also für Münzen, Medaillen und Barren sehr stark angestiegen. Zum Teil bezahlt man inzwischen Aufgelder von 60% und mehr, je nachdem was man sich zulegt. Also auch schon für einfache Bullien Münzen, wie das australische Känguru, Wiener Philharmonica, kanadischer Maple Leaf und viele andere, die man sonst ziemlich nah am Spotpreis bekommen hatte. Der Nebeneffekt ist, dass man jetzt auch seltenere Stücke und schönere Stücke, zum Teil semi-numismatische und Sammlermünzen zu Preisen bekommen kann, die nicht viel höher sind, als die für ganz normale Bullien-Münzen. Hier jetzt zum Beispiel als kleines Beispiel heute. Da kann man sich die 10 Euro Silber-Gedenkmünzen, die von 2002 bis 2010 in Sterling-Silber produziert worden sind, die kann man sich mal genauer anschauen. Die kann man entweder bulkmäßig sammeln, einfach stückweise, bis man so eine Tube voll hat. Die gibt es in normalem Stempelglanz oder auch in kleinerer Auflage dann als Spiegelglanz. Das ist dann zum Beispiel diese hier. Die kriegt man auch, je nachdem, entweder gekapselt oder in Folie verschweißt. Die hat einen glatten Rand mit einer Inschrift jeweils und wie ihr sehen könnt, sind immer irgendwelche Anlässe, Jubiläen, Gedenken an Personen und so weiter. Jetzt abgesehen von diesen Einzelmotiven gibt es noch diese Sets. Und das sind Jahrgangssets mit fünf oder sechs Motiven, die je nach Jahrgang rauskamen zwischen 2002 und 2007. Und wenn man Glück hat, findet man die auch zu einem relativ guten Preis, wo man dann, wenn man umrechnet auf eine Unze, wirklich nicht viel mehr bezahlt. Also ich habe jetzt mal ausgerechnet, für meine Sets habe ich einen Unzenpreis von 22 Euro Ungrad. Das bezahlt man inzwischen auch für Bullions. Und die sind in so einem Schuber drin. Da sind dann auch die Münzdaten jeweils. Was man sagen muss, die sind sehr gut aufbewahrt. Man hat hier so ein Kunststoffschutzteil und die Münzen selber. Die sind eigentlich praktisch immer in diesen Teilen tadellos erhalten. Das Gute ist jetzt, in diesen Zeiten, die haben auch einen Nennwert von 10 Euro, können also im äußersten Notfall tatsächlich auch zur Zahlung verwendet werden oder bei der Bank natürlich umgetauscht werden oder eingezahlt werden. Je nachdem, wie das jetzt mit der Bargeldlos-Geschichte läuft. Aber haben natürlich auch eine gute halbe Unze an Silber. Also 9,25er Stirling und das Feingewicht ist 16,65 Gramm. Die Motive sind übrigens auch sehr schön. Die Münzen selber sind in ein paar Hunderttausenden Auflage geprägt worden, je nach Jahrgang und Motiv. Und diese Sets selber, die sind noch seltener. Also die gehen eher in die Zehntausende. Genauere Zahlen müsste ich jetzt auch recherchieren. Jedenfalls sind die also wirklich im Bereich von Sammlermünzen, von den Zahlen her, wie diese Sets hier von der Stückzahl hergestellt wurden. Und die gibt es, wie gesagt, auch später noch von 2011 bis 15 an. Aber da war es halt nur noch 6,25er Silber. Die Motive, wie gesagt, alles sehr schön. Von 2002 bis 2007 hat man da halt den hohen Anteil an Silber. 2008 habe ich hier auch noch. Und den letzten, 2010. Es war je nach Jahrgang sind 5 oder 6 Motive rausgekommen. So, das wollte ich euch mal zeigen. Auch eine Möglichkeit, was heimisches, das seltener und unter Sammlern begehrt ist, aber auch noch einen eingebauten Nennwert hat für Deutschland jetzt. Von dem her ist es unter verschiedenen Aspekten nicht verkehrt, sich das mal jedenfalls zu überlegen, ob man sich auch so was mal zu tun will. Egal jetzt, ob in diesen Sammlersets oder einfach einzeln, wie ich es euch vorher gezeigt habe. Das war's für heute. Euer Silberfuchs. Egal jetzt, zhou, Untertitelung des ZDF, 2020